Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu einer neuen Shopping Tour. Diesmal mit den Käufen aus Juli 2024 etwas verzögert, denn ich hatte Urlaub und habe so gut wie nichts für ComicTube gemacht und auch nur wenig gelesen. Ich habe jetzt fast Danger Street fertig gelesen, ich habe Slam Dunk auf den aktuellsten Stand gebracht. Und da Ultimate Adventures, also dieser Batman Verschnitt von Marvel aus dem Ultimate Universe so random bei mir in der Heimat rumlag, habe ich den auf einer Zugfahrt komplett durchgelesen. Aber wir haben heute ein kleineres Programm als sonst. Ich habe den Monat keine US-Bestellung getätigt, da ich Geld sparen wollte. Es sind trotzdem ein paar schöne Sachen zusammengekommen, zwei Bestellungen aus Großbritannien und der Rest hat sich so ein bisschen über Ebay zusammengesetzt. Ohne dass da jetzt ein richtig teurer Kracher drin gewesen wäre, zumindest auf Einzelhefte gesehen. Wir haben eine schöne Abwechslung, wir fangen wie gewohnt an mit DC und da habe ich was Tolles. Das kennen bestimmt einige von euch, weil ich bin der Meinung, das ist mal bei Panini rausgekommen als Sammelband, als Oversized Hardcover Sammelband. Und ich sage das selten und das muss ich jetzt gestehen, der Sammelband ist bestimmt die eindeutig bessere Wahl, um diese Geschichte bzw. Geschichten hier lesen zu können. Ich habe mir nämlich Wednesday Comics gegönnt. Wednesday Comics sind, ihr seht das vielleicht schon am Papier, Zeitungen im weitesten Sinne. Also es sind Comics in Zeitungen, wir gehen so ein bisschen back to the roots und wir packen natürlich auch einen aus und dann werdet ihr sehen, warum ich sage, kauft euch lieber den Sammelband. Ich habe 10 Ausgaben von 12, die 11 und 12 fehlen mir, die sind jetzt aber schon unterwegs, die habe ich dann in den Staaten klar gemacht. Die sind auch nicht so teuer. Ich habe jetzt für diese 10 Zeitungen, nicht Comics Zeitungen, ich glaube 20 Euro inklusive Versand bezahlt, das ist schon okay. Die vergilben natürlich auch ein bisschen schneller und so stellenweise ist das oben dann ein bisschen stärker ausgeprägt, aber ich wollte unbedingt das Original, ihr kennt mich. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht eingestehen kann, dass die Sammelbandversion ein bisschen geiler ist. Also ihr seht das schon, das ist so eine Größe und ich bin der Meinung, der Hardcover Oversize Sammelband ist nicht viel kleiner, wahrscheinlich könnte er sogar eine ähnliche Größe haben, weil mir das schon sehr groß vorkommt. Ihr seht auch schon hier oben, wir haben es mit sehr vielen verschiedenen Featuren zu tun. Ich kann da mal so ein bisschen vorlesen, ich gebe euch natürlich auch eine Galerie. Wir haben, und ihr müsst bedenken, das ist jetzt immer eine Seite Story zu einer Geschichte. Also jede Seite habt ihr eine andere fortlaufende Geschichte hier, die dann in der nächsten Ausgabe fortgesetzt wird. Das ist so ein bisschen die Krux daran, also müsste ich jetzt mit nach jeder Seite hier die Ausgabe wechseln oder ich lese halt alles komplett wild gemixt. Das ist auch nicht so geil. Wir haben eine Batman-Geschichte von Brian Azzarello und Eduardo Rizzo. Sowas hat mich da halt total angefixt. Wisst ihr, wenn mal so geile Kreative an einer tollen Figur sind, dann muss ich da natürlich mit rein. Man hat eine Kamandi-Geschichte von Dave Givens und Ryan Souk. Man hat Hawkman von Baker. Gut, mir sagt jetzt auch hier nicht jeder Name etwas. Man hat eine Deadman-Geschichte. Superman von Akudi und Lee Bermejo. Auch sehr geil. Green Lantern, Hal Jordan, Kurt Busiek und Joe Quinones. Was mich auch extrem heiß gemacht hat, ist Metamorpho von Neil Gaiman und Mike Allred. Also eine krassere Kombi wird es wahrscheinlich nicht geben in diesen Bänden hier. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das wird mich total abholen. Teen Titans haben wir ein Feature. Strange Adventures, Supergirl von Jimmy Palmiotti. Ein Metalman-Feature von Dan Didio himself. Wir haben ein ganz interessantes Wonder Woman-Feature von Caldwell. Sergeant Rock ist drin von den Q-Bat-Brüdern. Flash von Carl Kirschel und ein Demon-Catwoman-Crossover von Simonson und Brian Stalfreys. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Es fühlt sich insgesamt wie ein großes Mix-Experiment an, wo man alles mal reingeschmissen hat. Wer hat Ideen, die wurden gesammelt und rein damit. Ich meine, es ist ein bisschen unglücklich mit der Aufteilung, aber hier haben wir zum Beispiel den Azarello und Rizzo Batman. Ihr seht, für das Auge ist es ganz gut, aber wahrscheinlich ist auch die Druckqualität ein bisschen geiler dann im Hardcover mit Glanzpapier, wenn man nicht immer so eine Zeitung hat. Hier, ach du meine Güte, ihr seht das, ne? Also selbst der Bermejo kommt hier ganz gut rüber. Ich habe bisher noch nicht viel mit dieser Zeitung rumhantiert. Es ist ein spannendes Unterfangen. Ich werde euch eigentlich nochmal gerne den Metamorpho zeigen. Ich denke, die Zeit nehmen wir uns. Man kann natürlich hier so ein bisschen in der Zeitung rumblättern. Man müsste die natürlich einmal wirklich schön vor sich ausbreiten, ne? Beziehungsweise nicht nur einmal, dann in dem Fall zwölfmal. Ja, hier kommen wir rein. Es sind nicht alle Titel hier super spannend. Zum Beispiel die Teen Titans finde ich jetzt nicht so interessant illustriert. Hier haben wir den Metamorpho. Na, das sieht doch schon nach was aus, oder? So, wahrscheinlich habe ich meine Stimme jetzt komplett weggecancelt. Dadurch, dass die Zeitung so groß vor dem Mikro war, macht aber nichts. Ja, das ist super spannend, was hier getan wurde und dementsprechend freue ich mich auch drauf. Ich habe das sehr oft einfach abgetan und mich damit nicht weiter beschäftigt. Aber als ich jetzt gesehen habe, was hier für Feature drin sind und was für Kreative da auch teilweise dran sind, sicherlich nicht alle, das ist schon spannend. Das ist schon spannend und da sollte man mal einen Blick reinwerfen, ne? Sind halt doch sehr renommierte Menschen auch an diesen Geschichten dran und das macht es beeindruckend. Ja, sehr cool. Zehn Stück für 20 Euro inklusive Versand. Ich denke, da kann man nicht meckern. Zustände sind total in Ordnung. Das erste, ja, das ist ein bisschen gewählt und biegt sich ein bisschen durch. Aber der Rest war super, super klasse. Machen wir weiter. Ein Verkäufer, bei dem ich diverse kleinere Reihen geschnappt habe und dann noch eine richtig tolle Sache für Sammler, die gleich kommt. Da habe ich endlich eine Mini-Reihe gefunden. Wie immer behaupte ich, ich wäre komplett bei Dino und Batman und bin es nicht, weil das hier auch keine direkte Batman-Reihe ist und sie mir echt lang jetzt gefehlt hat. Es ist Special 6 von Dino. Es ist Arneki, die vierteilige Mini-Reihe. Tolles Cover von Alan Grant ist geschrieben, von Norm Bravehog gezeichnet. Sehr interessant. Arneki trifft nicht nur auf Batman, sondern auch auf Kreaturen wie Darkseid oder auf riesige Dämonen, die hier gegen Arneki kämpfen. Es ist ein sehr wildes, aber doch unterhaltsames Artwork. Es ist relativ bunt auf einen Norm Bravehog und sicherlich auch nicht Peak Bravehog. Aber es ist im Gesamtbild einfach total cool. Besonders wenn die Magie rund um Arneki wirkt, dann sieht das alles richtig klasse aus. Die Seitengestaltung passt da wunderbar zu. Es ist nicht jede Seite auf einem wirklich hohen Niveau, aber es gibt auf jeden Fall Seiten, wo man denkt, ey, das sieht echt richtig gut aus und das ist gute Unterhaltung. Wirkte für mich damals schon immer ein bisschen deplatziert, muss ich gestehen, in der Batman-Dino-Reihe. Aber dafür haben sich Specials halt angeboten, um auch mal sowas zu bringen. Und Batman ist hinten raus ein großer Teil in der Geschichte. Das ist schon ganz cool. Was ich ganz spannend fand, ich habe mittlerweile ein paar Sachen von Arneki gelesen und das war mir natürlich beim ersten Lesen, da war ich 14 oder so, gar nicht bewusst. Das hier baut auf einer Story auf, die nicht im Deutschen gekommen ist. Die habe ich Jahre später gelesen, kannte dementsprechend aber nicht mehr den Zusammenhang, weil mir diese Story halt entfallen war. Hier wird von einem Zeppelin-Kampf gesprochen, der ist in Shadow of the Bat gewesen. Also, das war eine tolle Geschichte, eine sehr düstere Geschichte rund um Arneki, waren zwei Teiler. Da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr hierzu die Vorgeschichte haben wollt. Danach gab es noch eine Volume, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, acht oder neun Hefte, die habe ich mal gesamt für ein Euro geschossen. Das war natürlich Spitzenklasse. Und den ersten Auftritt von Arneki habe ich tatsächlich auch, Detective Comics. Also, bei Arneki bin ich jetzt sehr gut aufgestellt, aber ihr wisst das, bei Batman bin ich sowieso immer gut unterwegs. Das war mir ein Dorn im Auge. Zustände? So lala. Aber ich habe auch nur 5,50 Euro für die vier Hefte bezahlt. Das war ein klasse Deal. Und war auch nicht die einzige Reihe, die ich bei dem Verkäufer, ein sehr netter Verkäufer, da gefunden habe. Der hat irgendwie den Dachboden seiner Eltern aufgeräumt und da seine alten 90er Jahre Comics gefunden. Und da habe ich mich da ein bisschen bedient. Das sind jetzt auch nicht alles super spektakuläre Reihen. Das sind teilweise schon, ich will nicht mal sagen Fan-Lieblinge. Da muss man schon wirklich tief eintauchen in das DC-Universum oder bei bestimmten Figuren, damit man hierfür irgendwie Interesse entwickelt. Aber da bin ich natürlich genau, euer Mann bei DC. An dieser Reihen ist das Gegenstück zum GCPD auf Batman-Seiten, das Metropolis SCU, das Special Crimes Unit. Wo ihr auf der einen Seite Commissioner Gordon, Randy Montoya, Harvey Bullock habt, habt ihr hier Maggie Sawyer, Dan Turpin und hauptsächlich unwichtige Charaktere um die beiden rum. Das sind so die beiden Figuren, um die es geht. Und insbesondere Maggie Sawyer. Das war ja auch eine der ersten lesbischen Figuren in den DC Comics, die auch wirklich dementsprechend ausgeschrieben waren. Hat mir immer sehr gut gefallen in der Dino-Reihe. Dort war mir nicht bewusst, dass es noch so Spin-Off-Reihen gibt, kleinere Minis. Wir haben gleich auch noch eine. Aber mit den Jahren bekommen wir so ein Gefühl dafür, dass insbesondere bei Superman auch immer sehr unwichtige Figuren irgendwo zumindest mal einen One-Shot hatten. Oder in Showcase reingefeatured waren, wo man so kleinere Features halt auch gut einbauen konnte. Über zwei, drei Hefte hatten die da mal ein Drittel Heftanteil. Das hat man immer ganz gern bei Superman, ja, Helden oder Support-Cast-Charakteren gemacht. Wie halt auch Gangbuster und sowas, ne. Dan Turpin und Maggie Sawyer haben mir total Spaß gemacht damals. Ist jetzt nicht so, dass die super auffällig sind oder Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber das ging immer ganz gut rein. Es ist halt eine große Soap damals gewesen bei Superman. Und da haben die Charaktere wunderbar funktioniert. Das ist von Goff, meinem Freund Krause aus der Shazam-Reise und Marsan. Jedes Heft beginnt mit einem Porträt von Maggie Sawyer. Also im Grunde ist es ein Headshot in einer abgewandelten Situation. Man sieht, sie verändert sich auch so ein bisschen. Es ist, ähm, auch hier ist es durchschnittliche Zeichenkunst, ja. Aber darum ging es mir nicht wirklich. Es ging mir wirklich darum, dann diesen 90er Superman, oder ich liebe diesen Soaping Superman, ne, da weiter aufzustocken. Und wie gesagt, ich war mir selbst nicht ganz, es war mir nicht ganz bewusst, dass es da noch einige kleinere Baustellen gibt, die ich da jetzt noch nicht abgearbeitet habe. Aber das geht halt auch schnell mal unter, weil sowas war dann halt auch nicht damals bei Dino abgedruckt. Warum auch? Genau wie die nächste Reihe und, ähm, auch hier würde ich sagen, das ist okay, dass Dino sowas damals nicht gebracht hat, auch wenn die Figuren, äh, durchaus Panel-Time hatten. Guardians of Metropolis mit der Hauptfigur, dem Guardian, in dem Fall, of Metropolis. Geschrieben von Carl Kessel. Hier sind Dwyer und Manley noch dran. Auch hier, das ist natürlich durchschnittliche 90er-Jahre-Kost. Wir haben, äh, eine New Gods, Forever People-Geschichte rund um den Guardian, also er trifft auf diese ganzen Jack-Kirby-Kreationen. Auch hier würde ich sagen, das ist bestimmt kein Must-Have, aber auch der Guardian ist eine Figur, die absolut unwichtig ist, für den großen DC-Kontext. Aber wenn man Superman wirklich eine lange Zeit gelesen hat, in den 90er Jahren, dann wächst einem auch der Guardian ans Herz. Und wie gesagt, so Charaktere wie Agent Liberty, Gangbuster und wenn es da sonst noch so gibt, Scorn, äh, das sind alles Charaktere, die gewinnt man einfach lieb, ne, durch Dino-Superman. Und dementsprechend auch hier der Vierteiler from the Pages of Superman, ne, November 94. Den absoluten Knaller, und das ist natürlich wieder meine Beklopptheit in Sachen Sammeln, habe ich auch bei dem Verkäufer bekommen, der mir dann geschrieben hat, Ja, ich habe hier noch so drei, vier, fünf Serien, die sind noch nicht bei Ebay drin. Oh ja, da war eine bei, da dachte ich erst, ne, hast du ja, brauchst du nicht. Und dann habe ich gesehen, ja, hast du ja, aber brauchst du doch noch ein zweites Mal, so als richtiger Hardcore-DC-Sammler. Es handelt sich um, und ich zeige euch das ganze Set, ein Collector-Set von Green Lantern zur Final Night. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch nicht zusammendenken, warum ich jetzt so hyped bin bezüglich dieses Collector-Sets oder was da so besonders dran sein sollte, weil das sammelt doch bestimmt nur so ein paar Ausgaben und schmeißt zusammen, man konnte die als Bundle kaufen. Das ist richtig, aber ich habe euch auch schon mal gezeigt, dass es zu 90er Heften bei DC gewisse Varianten gibt mit diesem DC Universe Logo. Da ist der Barcode ausgetauscht gegen so ein Logo. Diese Hefte variieren von super unselten zu selten, sehr selten und absolut unglaublich selten. Diese sind jetzt nicht so super selten. Es hatte aber ein Heft, was ich unbedingt in dieser Fassung dann haben wollte, und das ist dieses hier. Dieses Heft, das ist Green Lantern Nummer 81 aus Dezember 96. Dieses Heft hier thematisiert die Abschiednahme, die Trauerfeier von Hal Jordan, der sich in der Final Night geopfert hat. Und das hing ewig lange an meiner Wand in der alten Wohnung, weil es so schön ist mit diesem Foil-Effekt. Ich mag das, es hat so ein schönes Relief, also es ist schon embossed. Es ist ein richtig, richtig geiles Cover und der Story absolut würdig. Ich habe die reguläre Ausgabe nicht mal. Und als ich gesehen habe, dass er das als dieses DC Universe Logo Variant hatte, war echt direkt Feuer und Flamme. Dazu noch die komplette Final Night 1 bis 4. Das hier dann auch heißt, das Box-Set, das Collector-Set ist hier in dem Fall komplett. Und wow, also ich habe mal geguckt, was diese Dinger, wenn die komplett angeboten werden, so gehen. Also klar, das ist nicht zu vergleichen. Das ist natürlich hier auch so ein bisschen eingeknickt. Das ist gebraucht. Das ist alt. Wenn das Ding jetzt sealed wird, da werden unfassbar hohe Preise für bezahlt. Also ich habe auch bei verkauften Ebay-Angeboten geschaut und so ein Sealed-Collector-Set, jetzt genau das hier, geht das schon mal weg für so 300, 350 Dollar. Da habe ich erst mal geschluckt. Ich habe jetzt 18 Euro gezahlt, was sicherlich ein sehr guter Deal war und ein absoluter No-Brainer. Aber wie angesprochen, das ist was absolut für ein Sammlerherz. Und wenn ihr nur Leser seid, dann könnt ihr da komplett drauf scheißen. Also die normalen Ausgaben tun das natürlich auch. Aber dass ich die Möglichkeit jetzt geboten habe und ich habe erst gar nicht darauf geachtet, dass das diese Varianten sind, das war natürlich einmalig cool und hat mein besonderes Green Lanternherz als Sammler auch deutlich höher schlagen lassen. Mega geil. Also da freue ich mich total hauptsächlich aufgrund des einen Heftes, weil das ist was absolut Besonderes für mich. Ja, nächster Held. Wir bleiben aber grün und wir springen zu der Sammlerecke. Da habe ich eine Bestellung aufgegeben von drei Helden. Ich hatte ein Heft in meiner letzten US-Bestellung vergessen. Das habe ich hier jetzt nachgeholt mit Green Lantern 91. Das müsste einer der ersten Auftritte von Connor Hawk sein. Und hier sieht man auch, wenn man durch das Heft so ein bisschen durchgeht, Connor Hawk war da noch etwas anders angelegt als in den späteren Jahren. Also hier hat er noch einen viel, viel dunkleren Hautton als später. Ja, später ist er ja fast weiß mit blonden Haaren. Das wurde mittlerweile wieder ein bisschen korrigiert, aber am Anfang war er noch ein bisschen anders angelegt. Die Nummer 91 also. Und dann ergänzend, weil die mir entweder zu teuer in den Staaten sind oder es sie gar nicht gab. Einmal das Crossover mit Tim Drake. Hier hatte ich keine Lust, Nummer 105 6 Dollar auszugeben, Minimum, bei MyComicShop. Das war mir einfach too much. Und dann, und das läuft auch unter irgendwie 8 oder 10 Dollar, hatten sie aber zu dem Zeitpunkt auch nicht bei MyComicShop. Die Nummer 111. Das sind für mich schlichtweg einfach 1, 2 Euro Hefte. Das ist okay, dass ich da 2,50 für bei der Sammlerecke bezahle. Das ist total in Ordnung. Wenn ich weiß, ich komme sonst relativ blöd dran, die 110, da werde ich jetzt ein bisschen mehr ausgegeben haben. Also die Bestellung ist unterwegs, deswegen spreche ich da so ein bisschen in der Vergangenheit jetzt schon, obwohl es noch nicht hier ist. Aber ja, das Crossover mit Kyle Rayner ist mir natürlich super wichtig und ich bin allgemein jetzt dran, die Green Arrow Volume da dicht zu machen. Das ist aus August 96, Chuck Dixon ist dran. Kelly Packett und Jim Aparo waren an der 91 dran, aber glaubt mir, das ist kein guter Jim Aparo damals gewesen. Vergesst das. Das ist nicht die Zeit von Jim Aparo, die ihr verfolgen solltet an Green Arrow. Geht dann lieber in die alten Batman-Geschichten rein. Da habt ihr, glaube ich, mehr von. Letztes Mal angekündigt habe ich auch schon, dass ich mir etwas schießen werde, was jetzt da ist. Für 18 Euro ebenfalls bei der Sammlerecke. Da habe ich mich gefreut, dass es das komplette Set gab und ich hatte noch einen Gutschein aus einem der dicken Kataloge, den ihr immer rumschickt. Das müssen die auch echt beändern. Also ich glaube, niemand steht auf diese dicken Papierschinken. Macht das doch bitte digital. Den Code könnt ihr trotzdem verschicken für die Coupons, für den Rabatt. Aber diese dicken Schwarten will eigentlich niemand haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jemand wirklich akribisch durchliest durch diese ganzen Preis- und Heftlisten. Und wie oft sich das aktualisiert, ich habe keine Ahnung. Also, nee. The Question 1 bis 6 von Rick Vage und AdWords. Da hatten wir in die Nummer 1 hier an der letzten Shoppingtür schon mal reingeguckt, weil ich neben anderen Question-Heften auch dann probehalber mal die Nummer 1 hierzu mitgenommen habe. Und dann ist mir auch erst aufgefallen, oh, die Sammlerecke hat das ja komplett. Und 18 Euro ist ein guter Kurs. Also bei Ebay seht ihr das meist entweder gar nicht oder nur viel teurer, was aber ein überzogener Mondpreis ist. Das muss man auch dazu sagen. The Human Enigma, this is Question, meets The Man of Steel. Und das ist nicht nur im ersten Heft so. Wir hatten ja auch gesehen, ich hatte euch ein bisschen reingucken lassen in den letzten Shoppingtours. Sehr cool, sehr modern für Anfang der 2000er gestaltet für so eine Geschichte. Sah super spannend aus. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Superman wirklich Teil der gesamten Mini hier ist. Ist er aber. Von daher sehr interessant, wie das Aufeinandertreffen dann hier ablaufen wird. Cool. Also da freue ich mich total drauf. Das wird eine richtig coole Sache. Und damit habe ich mich dann auch wunderbar aufgestellt bei The Question. Also The Question müsste ich jetzt soweit komplett sein. Das ist immer schwierig, wenn ich sowas sage. Aber an Hauptreihen Ongoings, Minis und so und auch One-Shots sollte das jetzt alles passen. Einzelauftritte in anderen Serien natürlich mal ausgeklammert. Sehr, sehr schön. Ich erwarte hier tatsächlich relativ viel von. Eine Mini habe ich hier noch, die ein bisschen skurril ist und auch von dem Verkäufer stammt, wo ich die Arne Kimini, die beiden Superman-Sachen und das Green Lantern Collector Set bekommen habe. Übrigens, die beiden Superman-Sachen habe ich auch so 5 Euro jeweils gekostet. Also super Preise. Das hier war jetzt eigentlich ein bisschen zu teuer. Aber im Gesamtpaket und ich wollte ja unbedingt das Green Lantern Collector Set haben, habe ich da ein Auge zugedrückt. Besonders, weil das hier eigentlich auch falsch beschrieben war. Das war mir aber im ersten Moment auch bewusst, weil Metal Man hat kein Collector Set. Und auch wenn das hier ein Vollcover ist, ist das das ganz reguläre Heft gewesen und hat nichts mit einer Collector's Edition oder sowas zu tun. Nummer 1 habe ich aber auch schon hier liegen gehabt. Es ging mir um die Hefte 2 bis 4. Für diese Hefte habe ich glaube ich, ich weiß nicht, 12 Euro bezahlt, was wahrscheinlich ein Stück zu viel ist. Also da hätte ich am liebsten genauso viel wie für die Superman-Hefte gezahlt. Also so für die ganzen Mini 5, 6 Euro irgendwie so. Ich glaube, das wäre der faire Deal gewesen. Aber es war in Ordnung im Gesamtpaket, wisst ihr. Und deswegen, ich wollte da jetzt nicht blöd rumverhandeln, weil das Green Lantern Set einfach so unschlagbar günstig war. Das war okay. Könnte eine interessante Geschichte sein. Ihr wisst, ich stehe so ein bisschen auf die Metal Man. Ich hatte mir auch die neueste Geschichte, es ist lange nichts mehr rausgekommen zu den Metal Man, ne, angeschaut. Und gereviewt hier, hatte ja leichten Zusammenhang mit, war das Batman Metal oder Death Metal? Ich glaube Death Metal. Und war super interessant. Das war richtig cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Auch wenn vielleicht nicht jede Ausgabe davon Zucker war. Im Gesamtbild war das cool. Und hier hat man zumindest bei der Nummer 3 so ein bisschen eine Anlehnung an Reign of Superman. Also auch vom Schriftzug her. Und hier passiert wohl was ganz Spannendes in der letzten Ausgabe, wo ich gerne wüsste, wenn man das wieder rückgängig gemacht hat. Oder hat man das dann einfach liegen lassen, weil danach die Volume, und die habe ich leider nur als Hardcover, die müsste ich auch mal ersetzen, von Duncan Rouleau geschrieben. Da hat man wieder einen ganz anderen Status Quo. Ja. Ich finde es trotzdem cool. Das freut mich sehr. Ist von Mike Carlin und Dan Juergens. Hier, genau, hier stand drüber. From the team that killed Superman. Ja, war deutlich mehr beteiligt, aber okay. Und so sieht es eigentlich auch aus. Wenn man reinblätter, sind so typische Mid-90s-Zeichnungen. Sowohl von der Qualität als auch von der Zeit her. Reiner Durchschnitt, aber auf jeden Fall unterhaltsam und geht zumindest für mich gut rein. Ihr wisst, ich mag das ganz gern. Ja, oder auch hier Nummer 2. Echt schön, oder? Also ich finde das schon richtig gut. Origin Issue. Metal Man gibt es nun mal auch nicht so viel von. Da nehme ich sowas auch gerne, gerne mit. Das nächste Paket, sicherlich auch das nächste Highlight. Wir sind ja heute gespickt mit Highlights. Gut, die letzten Reihen waren fast alles kleinere Sachen oder so ein bisschen ergänzendes Material, was jetzt nicht als Highlight betiteln wird. Aber das hier, zumindest persönlich, absolutes Highlight. Wir haben in den letzten Monaten eigentlich immer so ein bisschen die Swamp Thing-Wochen ausgerufen, wenn wir in die Shopping-Touren gehen. Und machen wir auch diesmal, ne? Letzte Shopping-Tour hatte ich, glaube ich, aus der US-Bestellung eine ganze Volume geschnappt, ne? Von Anfang der 2000er. Es gibt aber nach dieser Volume noch eine bei Vertigo, die ebenfalls nicht im deutschen Raum erschienen ist, bevor dann Jahre später das New 52 mit der Scott-Snyder-Volume anfängt, die ihr vielleicht nächstes Mal seht. Ich habe hier Swamp Thing-Volume, es müsste schon Volume 4 sein in diesem Fall, von Andy Diggel und Enrique Breccia oder Breccia, zumindest am Anfang. Andy Diggel hat die ersten paar Hefte geschrieben und dann übernimmt aber relativ schnell nicht nur Will Pfeiffer, den ich hier gerade lese, sondern insbesondere Joshua Dussard, der mir nichts sagt soweit. Aber der Herr Enrique Breccia, der zeichnet sehr, sehr viel an dieser Volume und der Mann ist sehr gut. Also hier würde ich gerne mal mit euch in die Nummer 1 reingucken, wenn euch das nichts ausmacht. Wir unterbrechen kurz die Galerie und spielen die gleich weiter, keine Angst. Es ist ein sehr, sehr cooler Stil, der besonders nach der letzten Volume, die doch ziemlich abstrakt und bunt war, ein bisschen realistischen Horror verkörpert, würde ich sagen. Das geht alles in ein bisschen in greifbare Richtung. Das letzte war halt super unplastisch, sehr, sehr fette Outlines und das hier ist schön schattiert. Wir sehen hier auch, klar, ein Konstantin, ein Helldaiser gehört immer mal wieder rein in so eine Swamp Thing Volume. Das sieht schon alles sehr, sehr cool aus und macht total Bock. Also als ich hier durchgekommen habe, dachte ich, ey, geil, das ist eine gute Richtung für Swamp Thing und das gefällt mir total von den Zeichnungen. Also das ist Unterhaltung auf höchstem Niveau. Man hat ein paar Ausgaben hier in dieser Volume, die dann auch von Gastzeichnern begleitet werden. Beispielsweise ist auch einmal Jog dran. Natürlich auch sehr, sehr interessant. Volume ist von 2004. Hier im Mai gestartet, habe ich das schon erwähnt und umfasst, lasst mich lügen, es sind 29 Ausgaben. Auch wieder, das ist so ein Swamp Thing Klassiker, ne? Das Abschied nehmen, Swamp Thing läuft irgendwie in den Hintergrund, in den düsteren Wald und schaut nochmal über seine Schulter. So ist es so typisch Swamp Thing, ne? Ja, eine Reihe, die sicherlich auch sehr unbekannt ist, also über die sehr wenig gesprochen wird. Im allgemeinen Swamp Thing Kontext, würde ich mal behaupten. Immer wenn man über Swamp Thing spricht mittlerweile, gibt es halt Elemoor, vielleicht noch die ganz alten Sachen auch und dann sind wir schon ganz schnell im New 52. Aber alles, was zwischen der riesigen ersten Vertigo Volume und das, was Moore gemacht hat und der New 52 passiert ist, das kommt überhaupt nicht zur Sprache, ne? Und dementsprechend schwer sind auch diese Reihen dazwischen zu finden, leider. Ich musste mich hier natürlich auf den UK, auf den großen Britannienmarkt irgendwie einlassen, mir wurde ein Preisvorschlag übermittelt, ich glaube, der war für 75 Pfund drin grundsätzlich und ich habe einen Preisvorschlag vom Verkäufer direkt für 60 Pfund bekommen, das war super, den habe ich dann angenommen, beziehungsweise er ist ausgelaufen und ich habe dann nochmal geschrieben, ob das möglich wäre, dass er mir nochmal schickt, hat alles wunderbar funktioniert. Klar, dann kommen noch ein bisschen die Taxes drauf und die weiteren Gebühren, die man hier in der weiteren Verarbeitung bezahlen muss. Ach, und insgesamt habe ich dann 60 Pfund, knappe 100 Euro bezahlt, glaube ich. Aber das war für mich, okay, das war so eingeplant für mich, ich finde bei 29 Heften, sagen wir Pi mal Daumen, 3 Euro pro Heft, die Zustände sind in Ordnung, sind eigentlich gut, aber es war nicht perfekt verpackt, sodass die ersten 5, 6 Hefte leider das Schlagkante unten haben, sehr ärgerlich, ansonsten alles in Ordnung, man kommt zu schwer an die Hefte ran und jetzt bin ich bei Swamp Thing, abgesehen von Volume 1 und ich will die haben, ich will die total gern haben, abgesehen von Volume 1 bei Swamp Thing bis zum New 52 erst mal komplett und ab da habe ich noch ein, zwei kleine Baustellen, aber das werden wir in der nächsten Shopping Tour besprechen. Super cool, ich freue mich, das ist richtig geil und ja, es geht voran auch bei Swamp Thing. Das sind so Reine, da hätte ich niemals gedacht, dass ich die so schnell an Land ziehen kann und das hat jetzt wirklich gut geklappt die letzten Monate, also das ging wirklich überraschend schnell und ich bin super happy und stolz, dass die bei mir eingezogen sind. Wir gehen jetzt zu Marvel über und da habe ich das zweite Paket aus Großbritannien, was ein Stück günstiger war, ich glaube das war für 35 Pfund bei Facebook drin und ich hatte Glück, denn ich wollte das nicht ganz komplett, also wirklich nur die Hauptreihe und die 1 als Directors Cut, wäre eigentlich super der beschissene Deal gewesen, schon fast bei Ebay für 65 oder so kaufen und dachte da schon, solider Deal und wenn ich mir die anderen Hälfte irgendwie zusammenschieße, dann habe ich einen Huni bezahlt und bin glücklich. Ich habe es jetzt deutlich günstiger bekommen, im Komplettpaket aus UK für dann 35 Pfund, Texas und so weiter, 60 Euro. Und zwar zu einem Run, der öfter mal im Gespräch ist, zu einer Figur, die gar nicht so oft im Gespräch ist, aber dadurch, dass man hier Top Kreative dran hat, hört man öfter mal von dieser Reihe und zwar ist das The Immortal Iron Fist, der komplette Run plus Annual plus One Shots plus Mini Immortal Weapons, das gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Also man hat, ich glaube, zwei oder drei One Shots, die dann Orson Randall als Iron Fist gewidmet sind. Ich kenne mich hier 0% aus, überhaupt nicht. Man hat es hier mit verschiedenen Iron Fists innerhalb dieses Runs zu tun. Kann das sein oder zumindest in der Aufteilung Ongoing und Special. Dann hat man noch ein Annual zwischendrin, was hier, ich glaube, vor der Nummer 10 gelesen wird. Man hat hier nach der Nummer 12 einen One Shot, aber ich werde euch das in der Galerie alles chronologisch zeigen. Man hat nach der Nummer 18 noch einen One Shot mit Orson Randall. Aber ich glaube, Danny Rand ist sonst hier so das Thema. Und dann, das hat mich auch super gefreut, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und ich finde auch thematisch das super interessant, hat man halt noch diese Immortal Weapons Mini fünf Teile hinten dran. Die hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, als ich das erste Angebot bei Ebay gesehen habe. So gut kenne ich mich da ja auch nicht aus. Da ist so ein Rundum-Sorglos-Paket natürlich perfekt. Und ja, ich hatte mich da schon so ein bisschen gewundert. Hier sind halt einzelne Charaktere auch drauf abgebildet auf dieser Mini. Und das hört sich super an. Also Fat Cobra, The Bride of Nine Spiders, The Dog Brother, wen haben wir noch? Tigers Beautiful Daughter und den Prince of Orphans. Der Prinz der Weisen. Die haben halt auch schon ihren Platz in der normalen Ongoing. Und das dann so zu verbinden mit Brubaker, Matt Fraction, David Ayer, kann richtig gut werden. Kann richtig, richtig gut werden. Also da freue ich mich jetzt insbesondere nach dem Durchblättern, Bagging und Boarden enorm drauf. Also Marvel Street Heroes zu der Zeit, das ist wirklich Prime. Prime Marvel Street Heroes. Ich weiß gar nicht, von wann die Reihe genau ist. Mitte 2000er? Irgendwie so? Keine Ahnung. 2, 5, 6, 7? Irgendwie da? Würde ich jetzt mal so schätzen. Aber das ist schon gut. Und ich meine, man spricht immer über den Brubaker. Aber Matt Fraction ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Dass da der Staffelstab übergeben wurde und die beiden haben ja auch viel zusammen gemacht, noch am Anfang der Volume. Das verspricht schon einiges. Spätestens dann ein Herr Schwerzinski dran. Zusammen mit Trevor Foreman nenne ich jetzt nicht. Unglaublich feier, aber der Mann kann stilistisch schon gut arbeiten, wie zuletzt auch in der Incredible Hulk Reihe gesehen. Ja, unglaubliches Potenzial. Bis hoch zu 27, ne? Also wie viel Hefte haben wir hier dann? 37, 35 Hefte? Also ja, super Preis, ne? Knapp über 50 Euro und dann halt aus UK. Rundum Sorglos Paket. Und ich bin mega, mega happy. Ich muss nicht extra noch eine normale Nummer 1 anstellen, das Directors Cuts bestellen. Das ist schon alles wirklich wunderbar gelaufen. Perfekt. Eigentlich hätte ich die nächste Reihe noch bei DC zeigen sollen oder müssen. Aber Wildstorm sehe ich jetzt einfach mal als Indie an und nicht nur als reines Sublabel. Da habe ich mir für 1 Euro 5 Hefte geschnappt, die ich hier noch falsch sortiert habe vor mir. Weil ja, ich glaube, diesen oder nächsten Monat eine neue Tom King Reihe startet zu Jenny Sparks, eine der Figuren aus der Authority. Und da gab es eine ältere Wildstorm Volume. 1 Euro habe ich einfach mal drauf geboten, dachte mir aber auch, ach, höher gehst du nicht. Ich habe mir aber schon gute Chancen eingeräumt, dass ich mit dem Euro vielleicht gar nicht so schlecht liege. Da ich es dann wirklich bekommen habe, ist natürlich reines Glück. Ich habe anfangs natürlich auch nicht auf die Kreativen geachtet, aber als es dann ankam, Mark Millard, John McRae, also der Zeichner von Hitman, hier sicherlich nicht in der Genialität eines Hitman und in der Abstraktheit eines Hitman, aber schon gut irgendwo. Das macht richtig Spaß. Wir springen hier zwischen, also mit Jenny Sparks, zwischen Authority-Charakteren hin und her. Das heißt auch The Secret History of the Authority. Das ist schon ganz cool, wenn man da reinguckt. Mit Jake Hawksmaud, wir haben hier Midnighter, Apollon, ach, wer hier sonst noch alles drin ist. Das macht mir schon richtig Freude. Und Authority ist natürlich auch etwas, was ich mittlerweile im Auge habe und ich hoffe, das mal bald zu finden. Aber bisher hat sich leider noch kein gutes Angebot entfaltet, sodass ich da hätte zuschlagen können oder müssen. Aber hier, da bin ich echt happy mit. Besonders, weil es halt bald die neue Reihe von Tom King startet. Und wo Tom King draufsteht, da ist Comic-Air natürlich sofort dabei. Ist klar. Spätestens jetzt, wo ich die Danger Street so gut wie durchgelesen habe. Ja, das sind aber nicht die einzigen in die Hefte, im weitesten Sinne. Ich habe hier noch den Rest Solar vom Valiant Verlag. Die Nummer 53 bis 59. Die 60 hatte ich ja schon. Das war so der obere Bereich, der mir gefehlt hat. Jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Zerquetsche, die mir da fehlen. Aus dem vorderen Bereich so 13, 14, 15, da rund um diesen Bereich. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Das wird ein einfaches Unterfangen. Nur noch die 10. 10 wird weiter ein bisschen eklig. Aber sonst wird das ein easy Match für mich. Ja, man sieht hier schon, die Kreativen haben dann leider gewechselt und es sieht gar nicht mehr so gut aus. Also es sieht dann wirklich ein bisschen billig aus, um das mal ganz despektierlich zu sagen. Aber es ist okay. Es sind die letzten Hefte. Es war super lowprintig dann oben hin. Ja, besonders die Nummer 60, die Abschlussausgabe. Ich bin mir sehr sicher, dass die ersten 40 bis 45 Hefte so die kreative Gewalt in sich vereinen und dass die letzten 10, 15 Hefte dann nur auch der Rest vom Schützenfest sind, das Ganze etwas auslaufen lassen. Zumindest wirkt es im ersten Moment so auf mich. Aber ja, ich bin happy, wenn ich die Volume dann wirklich bald dicht machen kann. Ist nicht mehr viel. War ein etwas längerer, steiniger Weg jetzt, aber im Großen und Ganzen ging das ja schon ganz gut. Eine kleine Sache habe ich noch, will ich aber nicht groß darauf eingehen. Ich habe mir mal wieder eine klassische Bag-Issue geschnappt mit der Nummer 19. Ein Batman-Thema hier. The Art and Life of Don Newton. Ist jetzt kein Cat hier, mit dem ich unbedingt was verbinde bei Batman. Dafür ist das Zeug vielleicht ein bisschen zu alt für mich, aber trotzdem nice. Damals hier noch in Schwarz-Weiß, was das Ganze ein bisschen anstrengender und unansprechender macht fürs Auge. Aber Bag-Issues gehen immer bis in Hintergrundmaterial, ein paar Informationen, Sekundarliteratur immer gut. Bag-Issues blieb ich ja generell. Aber ja, das soll es soweit gewesen sein für dieses Mal. Oh Gott, ich glaube, das letzte Mal habe ich zwei- oder dreifach so lange aufgenommen. Ich entschuldige mich für alle lauten Kindergeräusche, aber bei der Hitze hier, es sind nahezu 30 Grad, habe ich alle Fenster hier aufgerissen und erfreut euch an den spielenden Kindern draußen. Wenn ihr die hört, wenn nicht, dann umso besser. Ja, schreibt mir gerne, was ihr hiervon auf dem Schirm hattet, was auch nicht, was vielleicht auch auf eurer Liste demnächst landet und wo ihr wie immer sagt, na, da hast du aber wieder Capes gekauft. Bestimmt das Green Lantern Set. Aber ich denke, Sammler, die wirklich mir den kompletten Herzen sammeln, die verstehen, warum ich dieses Collector Set gekauft habe. In dem Sinne, haut rein, lest viel Comics. Bis zum nächsten Mal.